In der georgischen Hauptstadt Tiflis gehen zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen das offizielle Ergebnis der Parlamentswahl zu protestieren. Für sie war die Wahl manipuliert, zugunsten der prorussischen Regierungspartei Georgischer Traum. Nun können sie sich über einen Teilsieg freuen. Die Wahlkommission hat die Neuauszählung zahlreicher Stimmen angeordnet. Die Stimmen aus 14 Prozent der Wahllokale müssen demnach noch einmal ausgezählt werden. Welche Wahllokale betroffen sind, soll der Kommission zufolge per Zufallsprinzip ermittelt werden. Nach offiziellen Angaben hatte die prorussische Regierungspartei Georgischer Traum die Wahl am Samstag klar mit 54 Prozent der Stimmen für sich entschieden. Die pro-europäische Opposition und Wahlbeobachter beklagten zahlreiche Unregelmäßigkeiten. In der Nacht waren zehntausende Menschen gegen das Wahlergebnis auf die Straße gegangen. Wir sind viele und wir akzeptieren das Ergebnis der Wahl nicht. Das Ergebnis ist gefälscht. Es ist eine Beleidigung für das georgische Volk. Wir werden das nie akzeptieren. Die Mehrheit hat für die EU gestimmt, aber das Ergebnis war ein anderes. Wir müssen unsere Stimmen verteidigen. Politiker westlicher Länder hatten eine Untersuchung der Wahl verlangt. Der Kreml wies dagegen die Vorwürfe der Wahleinmischung zurück.